Hallöchen, Puppüchen! Und schon wieder diese Begrüßung. Okay, hallo! Wir werden heute bauen ein E-Gloom. Okay, wir sehen uns da gleich. Okay, wir sehen uns da. Okay, wir sehen uns da. Okay. Oh, interessant. Mich interessiert aber, wie es hier drin immer aussieht. Ja, kriegt von mir... Okay. Okay, es ist okay. Da fehlt ein bisschen was. Es fehlt so irgendwie was da drin. So ein bisschen, äh... Oh, da drin nicht so viel gemacht. Aber das Ding ist so ganz okay gebaut. Deswegen ganz okay. Oh, das sieht schon mal gut aus, das Ding. Also das Igloo. Ja, das klingt von mir auf jeden Fall gut. Bei mir kriegt es auch ein ins Okay, weil es ist ja hier drin weniger gemacht. Aber das Igloo ist gut gebaut. Ja, aber... Deswegen klingt das von mir auf jeden Fall gut. Ich habe ein Igloo auch nicht weh gemacht. Ich habe aber noch eine Geschichte versetzt. Oh, das ist deins, ne? Ach, das ist... Das Igloo ist aber hässlich. Aber es klingt von mir trotzdem gut, weil es irgendwie... Da draußen Kinder spielen, das ist bei mir auch gut. Ja, ist eh deins. Er hat Eis nehmen müssen. Was? Ne, ich finde, dass ich wollte eine ganze Schneefläche haben und nicht, dass die auf Eis spielen. Kann man hier reingehen? Äh, ne. Ja, dann kriegt es von mir nur und ist okay. Ja, mit meh, weil ich finde es auch nicht gerade toll. Doch, das sieht gut aus. Der Eingang ist zu lang, finde ich. Hätte der ein, zwei Blöcke weg gemacht, wäre das cooler. Und auch, dass man auch reingehen kann, bitteschön, ja? Ja, das ist das, warum der von mir auch nur ein Eis-Up-B-Ding bekommen hat. Was ist das denn mit dem Ding? Aber das ist ein interessantes Igloo. Das klingt von mir nicht okay. Ne, bei mir nicht, ey. Aber warum hat der hier draußen so... Warum sind da aber Zwilling-Pools? Da sind doch direkt eingefroren, wo die Igloo sind. Aber das ist ein interessantes Igloo, das ist halt so selbstgebaut. Also so. Das klingt von mir im Eis-Up-B-Ding. Oh, das ist... Zu groß. Der Eingang ist zu hoch. Da musst du... Du kriegst dadurch. Krieg von mir auch ein Eis-Up-B-Ding. Okay. Naja, ich bei mir in meh. Weil man kriegt dadurch, durch diese Igdus. Und nicht, dass man dann noch springen kann dadurch. Ja, vielleicht hat er auch eine Villa gebaut, was weiß ich. Eine Villa. Das ist einfach... Ach, da kann man sogar auch reingehen. Okay, mal gucken. Jetzt gehen wir alle rein. Meh. Ja, krieg von mir auch in die Züke. Ist das auch so volle gebaut? Ja. Wo hat der jetzt nicht auch Schnee gemacht? Keine Ahnung. Das Ton hätte man auch gemacht. Oh, das ist interessant. Aber die Feuerstelle ist, glaube ich, nie draußen. Nee. Warum auch? Ja, krieg von mir auch in die Züke. Ist er direkt weg. Bis jetzt hat jeder von mir Züke bekommen. Ich hab gut bekommen. Ja, ja, weil... Das kann das Feuer ausmachen. Liege ich nicht. Ich auch. Hab ich auch mal... Das ist dein Zwischen. So, was haben wir hier? Nee, das ist nicht meins. Oh Gott. Ach, meine Treppe auch noch. Ja, das klingt von mir auf jeden Fall mal gut. Das ist schon... Das ist irgendwie... Ist irgendwie cool. So, bei mir ist es okay. Ist ein bisschen übertrieben, ne? Ein bisschen übertrieben. Mit den Betten hier ein bisschen, ne? Ja, da schlafen aber auch viele Leute dran. Na und? Oh. Ja, hier kann man nicht schreien, aber... Ja, eine Türe kriegt von mir... Mäh. Ist auch nicht viel da gemacht. Ein bisschen hier... Also Holzstüren haben sie ganz bestimmt nicht in der Antarktis oder am Nordpol. Keine Ahnung. Schnick. Ja, das kann aber jetzt nur noch deins sein. Das sieht interessant aus. Das ist eh deins. Ja. Oh, das Feuer ist hier ausgegangen. Ich mach mal ein It's Okay. Nein, mach bei mir auch besser. Ich hab bei dir auch ein Gut gegeben. Ich finde, das hier wirklich... Was ist das hier draußen? Das sind einfach Eisberge. Alright, okay. Und der hier... Der angelt. Ja, ich hab eine Angelegen geschmissen, aber der hat die nicht aufgenommen. Oh, Zweite. Wie tief bin ich denn gewesen? Als ob... Das fünfte. Als ob hier... Die vierte. Ja, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder. Bis gleich. So. Und in der zweiten Runde bauen wir was? Wir bauen... Eine Frucht. Eine Frucht. Alles klar, wir sehen uns dann gleich. Alles klar, wir sehen uns dann gleich. Oooh! Die Frucht. Die Frucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020